Musik Musik Liebes Publikum, sehr werte Damen und Herren, ich grüße Sie aus dem leider mit Ihnen nicht besetzten Zuschauraum des wunderschönen Staatstheaters am Gärtnerplatz. Wir hoffen aber, dass er sehr bald für Sie wieder geöffnet wird, denn wir alle wissen, Kunst und Kultur sind ein Grundnahrungsmittel und auch in pandemischen Zeiten unverzichtbar für eine gesunde Seele, für einen gesunden Geist. Jene Kultur ist es, die uns von der Barbarei trennt. Was wären wir denn hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in ganz Europa und der Welt ohne Kunst und Kultur? Wir alle wissen, dass wir nicht dafür sind, dass die Theater geschlossen werden und bleiben. In diesem Sinne hoffe ich doch auch, Herrn Ministerpräsident Söder und alle anderen verantwortlichen Damen und Herren der Kulturpolitik und auch aus dem Gesundheitswesen davon zu überzeugen, dass die Theater ganz, ganz unverzichtbar für eine gesunde Gesellschaft sind. Natürlich ist uns klar, dass die Zeit nicht so rosig ist, aber umso rosiger ist es hier herinnen, umso wichtiger ist es, dass dieser Vorhang, dieser wunderschöne Ball wieder für Sie aufgeben. Bleiben Sie in erster Linie gesund, wir sind für Sie da, wir arbeiten weiter, wir proben weiter für Sie, um bald wieder Sie hier als Publikum so zahlreich als erlaubt begrüßen zu dürfen. Liebe Grüße. 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 Liebe Grüße.